Weshalb Menschen unter den Folgen von Angst und Stress leiden, ist sehr unterschiedlich. Wenn wir die jeweiligen Faktoren kennen, dann können wir auch bessere Entscheidungen für uns treffen. Etwas, das gerne übersehen wird, ist das Thema Gewichtsabnahme. Wie steht es mit Gewichtsabnahme und kann sie Stress verursachen? Gibt es hier irgendetwas Interessantes zu lernen? Also der Disclaimer folgt im Abspann. Sicherheitshalber erwähne ich auch gleich am Anfang, dass ich weder Mediziner noch Experte für Gewichtsabnahme bin. Carsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Stresst Gewichtsabnahme den Körper? Eine Gewichtsabnahme kann den Körper belasten, vor allem wenn sie plötzlich und wenn sie drastisch, wenn sie dramatisch ist. Je schneller der Gewichtsverlust, desto mehr Stress für den Körper. An einigen Stellen ist zu erfahren, dass eine starke Einschränkung der Kalorienzufuhr den Körper stresst und ihn veranlasst, erhöhte Cortisolwerte zu produzieren, um die verringerte Kalorienzufuhr zu kompensieren. Erhöhtes Cortisol stresst den Körper, weil Cortisol eines der stärksten Stresshormone des Körpers ist. Also eine Verringerung der Kalorienmenge stresst den Körper. Auch das Zählen von Kalorien wird mit einer Zunahme von Stress in Verbindung gebracht. Das Weglassen bestimmter Lebensmittelarten kann zu einem Mangel an essentiellen Nährstoffen führen, was den Körper zusätzlich belastet. Unternimmt jemand anstrengende körperliche Aktivitäten um, jeden Preis soll das Gewicht reduziert werden, Kalorien verbraten werden, macht das Stress. Aufgrund der beschriebenen Faktoren ist es besser, die Gewichtsreduzierung als eine umfassende Veränderung des Lebensstils anzugehen, bei der Sie Ihre Lebensmittelauswahl schrittweise verändern, anpassen, anstatt die Kalorienzufuhr von einem Moment zum anderen zu reduzieren. Solch ein durchdachter Ansatz ist weniger anstrengend für den Körper und hilft Ihnen auch dabei, langfristig ein gesundes Gewicht zu halten, anstatt kurzfristig abzunehmen und nach Beendigung der Diät wieder an Gewicht zuzulegen. Ein gesundes Gewicht zu erreichen und auch zu halten, hat viele Vorteile. Unter anderem hilft es dem Körper dabei, eine gesunde Reaktion auf Cortisol und Blutzucker aufrechtzuerhalten. Sich gesund und regelmäßig zu ernähren ist eine wirklich gute Idee. Ein weiterer Vorteil und der Grund für diesen Beitrag, erhöhter Stress steigert die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Ängsten. Wozu ist dieses Wissen gut? Mögen diese Gedanken, diese kurzen Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was da vor sich geht? Und dass es eine wirklich gute Idee ist, sich dem auf konstruktive Art und Weise zu widmen, sich mit Experten zu unterhalten. Das Leben ist einfach zu kostbar, um sich von Stress und Ängsten einschränken zu lassen. Eigene Erfahrungen, Fragen und überhaupt sind respektvolle Kommentare willkommen. Tauschen wir uns aus? Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und uns Mut machen. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Das Leben ist einfach zu machen.